Guck, sehn Augen sieht aus wie Teufel! Fressen! Von mir hat die gebraucht Pito und Misch von zwei woher. Remzia hat gemacht. Fressen! Früß du langsamer! Langsamer Tag, euch Anonen! Weg vom Finger, oh Kollege! Ich schwöre dir, ich bombardiere dir! Hast du nicht so, musst du mit der Schatter rum? Du nix normal, du kleiner Arschloch! Zurück! Zurück, Rudy! Keine Bewegung! Ich schwöre dir, nur einmal Beißen, Abschiebung Kosovo oder Tierheim! Kannst du auch hinlegen! Tag, Röscher! No, nun! Du nix normaler Arschloch! Dieser Hund, in seinem Kopf wie Karussell und in seinem Kopf auch behindert? Ja, aber stimmt mit dem Rudy nicht? Ist er mit der Gesamtstation nicht zufrieden? Nein! Nein! Dieser dumm! Rudy, Diagnose dumm! Problem war, wo Rudy klein war, einmal Bormachine gefallen auf seinen Kopf und er hat viel geschlagen. Guckst du von den Augen, sieht aus wie Teufel! Guckst du von den Augen!